Hallo und herzlich willkommen bei 10x Trading. In diesem Video analysieren wir drei Aktien von der 10x Watchlist. Blog schauen wir uns zuerst im Wochenchart an, zurück bis zum IPO der Aktie im Jahr 2015. Und hier bei Blog muss man ganz klar sagen, habt ihr aktuell unbedingt auf deiner Watchlist. Wir sind hier an meines Erachtens am wichtigsten Support im gesamten Blogchart, nämlich hier an dem Bereich von ca. 54 US-Dollar. Support im Jahr 2019, Corona-Crash kurz drunter gebrochen, Support zurückverteidigt, massive Rallye übergeordnet, muss man sagen. Generell in diesem Bereich geht es gerne senkrecht rauf, senkrecht runter. Hier dann auch im Jahr 2022 senkrecht rauf, senkrecht runter und das gleiche wirklich mehrfach. Jetzt gerade zuletzt auch wieder senkrecht rauf. Aktuell sagen viele Schulter-Kopf-Schulter-Formation potenziell ja. Deswegen habt einen Blick wirklich auf diese Supportzone hier im Bereich der 54 US-Dollar. Wenn wir da drunter brechen, erstens mal geht es hier auf der linken Seite nur senkrecht rauf, senkrecht runter im Corona-Crash. Ansonsten existiert dieser Preisbereich nicht bis zurück 2017, 2018. Und an zweiter Stelle natürlich eben diese potenzielle SKS im Chart Mindestziel wäre bei einem Breakdown dann tatsächlich hier der Bereich um 32, 33 US-Dollar. Schauen wir uns auch noch gleich anhand des letzten Anstieges an, wo dann die Zielzone ist zur Downside. Wichtig ist auch hier im Wochenchart hat auch diese Aktie nochmal Downside. Also das wäre dann dieser Washout runter auf dieses Level unter 40 US-Dollar. Dennoch meines Erachtens aktuell auch ganz klar einen Platz auf der Watchlist verdient. Auch eine Aktie, die gut mitlaufen kann mit dem Markt, wenn der Markt Stärke zeigt. Aktueller Konterabwärtsrennen, den Bereich schauen wir uns gleich im Tagesschart an. Und wenn der Markt jetzt Stärke zeigen sollte, hat Square bzw. Block hier definitiv die Chance für eine scharfe Gegenbewegung. Hier mindestens mal 50er, 61er Fibonacci in diesem Bereich. Schauen wir uns gleich im Detail an. Und mittel- bis langfristig, denn das ist auch eine Aktie, die bei mir im langfristigen Depot liegt. Der große Breakout bei Block, der würde erfolgen, wenn wir hier natürlich diesen multiplen Widerstand rausnehmen. Kurse über 83 US-Dollar, mittel- bis langfristig bei Block. Sehr, sehr bullisch. Wenn dir das Video Mehrwert bietet, lass sehr gern deinen Like da, dass es der YouTube-Algorithmus möglichst vielen Leuten empfiehlt. Und abonniere auch den Kanal, dass du jetzt in dieser wichtigen Marktphase nichts mehr verpasst. Und jetzt schauen wir uns die Aktie im Tagesschart an. Und man muss wirklich sagen, man bekommt Block hier stark überverkauft im Tagesschart am wichtigen Support. Besser geht es kaum, vor allen Dingen für Trader, die hier ganz klar ihr Chance-Risiko-Verhältnis entsprechend auswählen. Unter diesem Support möchte ich mir mit der Aktie nichts zu tun haben. Wir haben hier im Bereich der 52 Wochentiefs mal Dips drunter gesehen, in dem Bereich 51 US-Dollar. Aber wir sehen jetzt hier, gerade im Mai hat dieses Tief hier dann perfekt gehalten. Da gab es sogar ein leicht höheres Tief im Bereich der 55 US-Dollar. Aber meines Erachtens keine Tagesschlusskurse unter den 54 US-Dollar hier. Und dann kann man hier ein herrliches Chance-Risiko-Verhältnis aufbauen. Wir sehen auch hier bei Block am Freitag interessante Kerze. Hier nochmal ein neues Tief abgeholt, wurde komplett aufgekauft. Meines Erachtens unter Tagesschlusskurse unter dem Tief vom Freitag. Tiefstens hier unter den 54 US-Dollar. Sollte man hier aus Trading-Sicht rausnehmen. Gerade langfristig ist es aber dennoch für mich eine interessante Aktie, die ich auch wie gesagt bei mir im Long-Depot habe. Und wenn man hier sein 3 zu 1 Chance-Risiko-Verhältnis aufbauen möchte, ist das durchaus eine schöne Situation. Weil Block, wir messen uns hier mal die letzte Downside ab und sehen, dass wir dann entsprechend bereits am 38er Fibonacci der Downside unser 3 zu 1 Chance-Risiko-Verhältnis voll haben. Das ist wirklich ein herrliches Chance-Risiko-Verhältnis. Muss man sagen, man könnte dann hier sogar noch entsprechend ein weiteres Target nehmen. Praktisch am 3 zu 1 Stopp auf Einstand. Und dann noch ein zweites Target. 5 zu 1 Chance-Risiko-Verhältnis. Wenn wir in die Golden Pocket der letzten Downside laufen, also Kurse anlaufen von 71 bis 72 US-Dollar, würden wir dann hier auch entsprechend die Kurslücke zur Downside schließen. Ganz klar, Block aktuell definitiv auf die Watchlist. Und ist für mich auch ein Unternehmen, was man langfristig im Depot liegen lassen kann, wenn man vor allen Dingen hier auf der Downside sich ganz klar vor Augen führt, dass wenn die Aktie hier durchrutschen sollte, dass man hier aber nochmal eine deutliche Downside zu befürchten hat. Also wie gesagt, entweder dann absichern unter diesen Levels oder halt definitiv noch eine Cashquote bereithalten bei der Aktie, um dann hier tief nochmal nachfassen zu können. Kurzfristig hier am Support definitiv einen Platz auf der Watchlist verdient. Stone Co. schauen wir uns zuerst im gesamten Chartverlauf an. Zurück bis zum IPO der Aktie im Jahr 2018. Und 2018. Stone Co. ist meines Erachtens auch eine extrem spannende Aktie, aktuell bei mir auch im Long-Depot vertreten. Ich finde es gerade im mittel- bis langfristigen Top-Titel ein Fintech aus Brasilien. Hier definitiv auch für mich so ein bisschen die Möglichkeit, den brasilianischen Markt mit abzudecken. Finde ich spannend. Wir haben hier ganz klar diese Konsolidierungszone bei Stone Co. Wichtiger Widerstand im Bereich der 15 US-Dollar, aber auch ein wichtiger Widerstand hier im Bereich der 12,50 Dollar. Das sind hier oben so ein bisschen die Kernlevels bei Stone Co. Zur Downside. Schauen wir aktuell ganz klar auf die 200-Tage-Linie und diesen Aufwärtstrend. Ich stehe momentan kurzfristig ein bisschen auf Kriegsfuß mit der Aktie, weil sich hier potenziell eben ein bärischer Dragon aktiviert hat, der uns durchaus hier nochmal etwas mehr Downside bringen kann. Schauen wir uns gleich im nächsten Clip an, wenn wir uns diesen Bereich hier im Detail anschauen. Mittel- bis langfristig habt ganz klar diese Widerstandsmarken auf dem Schirm. 12,50 und über 15 US-Dollar kann bei dieser Aktie dann so richtig die Post abgehen. Wir sehen auch diesen massiven Washout eben im Jahr 2021. 2022 die Aktie hat vom Top verloren. Über 90 Prozent ist zum jetzigen Zeitpunkt immer noch 87 Prozent unter Wasser im Vergleich zum All-Time-High hier im Bereich bei 94 US-Dollar. Spannender Titel definitiv auf die Watchlist. Liegt bei mir im Long Depot. Ist auch für Trader interessant, weil es durchaus auch ein volatiler Titel ist. Aktuell hier, muss man sagen, gerade kurzfristig, aber an einer Make-or-Break-Situation, die wir uns jetzt im Detail anschauen. Wenn du die Reichweite von dem Video deutlich erhöhen möchtest, lass sehr gerne dein Like da, abonniere auch den Kanal und schreib vor allen Dingen auch gerne einen Kommentar unter das Video. Und jetzt schauen wir uns das aktuelle Bild an bei Stonko. Ihr seht hier schon die Harmonic eingezeichnet. Und die hat sich jetzt hier am Freitag auch fast aktiviert. Wir sind durch die 100-Tage-Linie gebrochen. Wir sind durch die 12,50 gebrochen. Wir haben das auch als Widerstand back getestet. Und vor allen Dingen auch am Donnerstag ein harter Impuls zur Downside. Jetzt hier zwar eine grüne Kerze am Freitag, aber hier durchaus für mich noch fast als Doji-Kerze zu werten. Und deswegen ist es hier sehr, sehr eindeutig, wenn du bullisch bleiben möchtest bei Ston, brauchst du die Aktie über 12,50. Das musst du hier zurückholen. Und dann kann sich das durchaus sehr, sehr bullisch ausspielen. Keine Frage bei Stonko. Wichtig ist aber auch, dass wir hier am Freitag eben diesen übergeordneten Aufwärtstrend getestet haben. Wir waren knapp drunter. Das wurde jetzt gekauft für den Moment. Seid ihr völlig im Klaren, wenn die Aktie hier loslässt. Schauen wir natürlich auf die 200 Tage liegen. Aber zu dem Zeitpunkt hat sich dann eben hier dieser bärische Dragon definitiv aktiviert. Mindestziel ist dann der Scheitelpunkt. Das wären Kurse um 11 US-Dollar. Und übergeordnet, wenn sich diese Harmonic eben komplett ausspielen würde, aufs 88er Fibonacci würde es technisch sehr viel Sinn machen, weil wir dann eben übergeordnet den Aufwärtstrend-Backtest würden. Hier würde ich meine Position bei Stonko aber nochmal deutlich, muss ich ganz klar sagen, ausweiten. Stonko, interessant, ist im Tagesschart noch nicht überverkauft. Müssen wir jetzt ganz klar beobachten. Ist vielleicht kurzfristig hier definitiv noch mit mehr Downside gefährdet. Deswegen ganz klar auch ein Platz auf deiner Watchlist. Jetzt gleich gerade für Trader kurzfristig nicht so interessant, wie möglicherweise insbesondere Block aktuell, die ja wirklich überverkauft am Support liegen. Spannend wäre bei Stonko Kurse von über 12,50. Dann hier definitiv nochmal eine Rallye möglich in diesem Bereich. Um 14,30 könnte man auch nochmal kurzfristig Rendite mitnehmen. Und ansonsten schauen wir uns die Aktie ganz genau an, falls sie hier wirklich zur Downside wegbrechen sollte, potenziell sogar dann noch unter 11 US-Dollar ausbluten sollte. Den Bereich finde ich dann hier nochmal sehr, sehr interessant, auch für langfristige Nachkaufzeitpunkte. PayPal schauen wir uns zuerst an im Wochenchart zurück, bis zum IPO der Aktie im Jahr 2015. PayPal hat einen sehr starken Zyklus hinter sich, ist übergeordnet angestiegen bis auf 320 US-Dollar im Juli 2021 und hat dann aber auf die aktuellen Kurse, denn wir sehen bei PayPal aktuell unmittelbar 52 und damit Multijahrestiefs. Das sind aktuell Kurse, die wir so seit 2017 nicht mehr gesehen haben bei PayPal und hat insgesamt bis zum jetzigen Zeitpunkt bereits 81,2% an Wert verloren. Aktueller Kurs hier im Bereich der 59 US-Dollar. Wir schauen uns jetzt im nächsten Clip insbesondere die Preiszone an und zwar auch hier auf der linken Seite im Tagesschart. Man muss ganz klar dazu sagen und deswegen ist diese aktuelle Zone so wichtig. PayPal hat hier sehr wenig Support zur Downside, falls das hier nochmal wegrutschen sollte. Zielzone wissen wir 54 bis Potenzial 48, 45 US-Dollar. Hier ist dann noch eine Kurslücke aus dem Jahr 2017. Dennoch aktuell auch hier, gerade für Trader, nicht uninteressant mit diesem Konterabwärtstrend. Schauen wir uns gleich im nächsten Clip, beziehungsweise im übernächsten Clip dann im Tagesschart. Wichtig ist auch, wenn wir uns hier den RSI im Wochenchart anschauen, der hätte potenziell hier noch ein bisschen mehr Platz zur Downside, bis er überverkauft ist. Das heißt, wenn PayPal hier auch wirklich langfristig überverkauft werden sollte im Wochenchart, dann muss man sich zumindest mit einem Alternativ-Szenario damit auseinandersetzen, dass die Aktie hier durchaus noch etwas Downside haben könnte. Und jetzt drehen wir die Zeit hier mal etwas zurück und schauen in den Tagesschart ins Jahr 2017. Die blaue Linie, die ihr hier seht, das ist der aktuelle Schlusskurs bei PayPal vom Freitag. Das heißt, wir haben hier durchaus so eine kleine Supportzone direkt unter uns, der Bereich zwischen 59 und 58 US-Dollar. Allerdings ganz klar, wir haben hier noch eine kleine Kurslücke, eine Stufe tiefer bei 55. Wir haben hier noch eine weitere Kurslücke und die große Kurslücke, das ist eben die hier unten im Bereich 45 bis 47 US-Dollar. Das ist aus dem April 2020 und übergeordnet, muss man einfach sagen, das ging damals extrem schnell nach oben. Ihr seht es auch an den gleitenden Durchschnitten. Das war ein extremer Aufwärtstrend. Aktuell stehen wir genau hier, du siehst, was eben zuvor senkrecht draufgegangen ist. Insbesondere, wenn wir hier noch mit Kurslücken rechnen müssen, das kann sich dann eben. Und vor allen Dingen, wir wissen, die aktuelle Marktlage, wenn es jetzt hier nochmal einen Washout geben sollte, muss man sich ganz klar vor Augen führen. Das kann dann sehr schnell auch zur Downside gehen. Für mehr Aktienanalysen und Trade-Ideen kommst sehr gerne auf den Discord und werde 10x-Member. Dort kannst du dich mit über 350 Mitgliedern austauschen und profitierst ab 4,99 Euro im Monat von meinen täglichen Markt- und Aktienanalysen. Und mit dem Wissen um die Wichtigkeit der aktuellen Situation und der aktuellen Preise, vor allen Dingen bei PayPal, schauen wir jetzt hier in die Gegenwart. Wir sind hier übergeordnet in unserem sehr großen Falling Wedge. Die untere Trendlinie hat jetzt am Freitag nochmal einen herrlichen dritten Berührungspunkt gekommen. Wir sehen hier auch eine interessante Kerze bei PayPal. Wir sind nochmal unter die 52 Wochentiefs drunter gerutscht. Das wurde jetzt hier aber durchaus gekauft mit überschaubarem Volumen. War jetzt kein besonders extrem hohes Volumen, aber durchaus brauchbares Volumen hier am Freitag. Und deswegen ist es jetzt sehr, sehr wichtig, dass wir das Tief von dieser Kerze ganz klar auf dem Schirm haben. Und das sind 57 US-Dollar und 31 Cent in diesem Bereich muss ganz klar ein Preisalarm. Denn wenn wir das nochmal brechen sollten, der Markt hat jetzt hier zugelangt. Man hat jetzt hier das frische 52 Wochentief gekauft bei PayPal. Da müssen wir uns wirklich damit auseinandersetzen, dass wir eben die entsprechende Zielzone hier unten zur Downside anlaufen. Das werden dann von aktuellen Kursen nochmal zwischen 10, potenziell sogar 20 Prozent Downside bei PayPal eben in die Zielzone. 54 US-Dollar wäre der Beginn der Zielzone. Und wie gesagt, die Kurslücke, die wir gerade angesprochen hatten, die wäre dann eben genau knapp unter dem 161er Extension. Hier nochmal ein Washout drunter. Dann wäre diese finale Kurslücke geschlossen bei PayPal. Ich würde hier meine Position nochmal deutlich ausweiten. Habe aber auch durchaus hier in diesem Bereich bereits in den letzten Tagen und Wochen durchaus auch zugegriffen bei PayPal. Und für Trader wird es jetzt sehr, sehr spannend. Habt das ganz klar auf dem Level. Wir haben hier diesen herrlichen Konterabwärtstrend. Die Aktie ist hier im Tageschart über Verkauf. Bitte Preisalarm auf diesen Konterabwärtstrend oder komm auf den Discord und werde 10X-Member. Dann bist du natürlich über diese Entwicklungen live informiert. Wenn wir hier den Breakout bekommen, hat PayPal hier die Chance für eine herrliche Gegenbewegung. Und das sind dann eben auch prozentual durchaus mal zwischen, wenn wir hier nur den Boden von dem Gap anlaufen. Da wären es hier bereits 12% bis zu 16, 17%. Und diese Rallye, falls wir sie bekommen, wir sprechen die Aktie ja ohnehin in nahezu jedem Video täglich. Das ist dann auch nochmal die Gelegenheit für Leute, die jetzt hier zu krass investiert sind und die deutlich unter Wasser stehen. Möglicherweise dann wirklich im Rahmen von dieser Rallye hier nochmal ein bisschen Risiko abzubauen. Aktuell hier ein interessanter Bereich, um Tranchen aufzuladen. Hier unten, wie gesagt, würde ich langfristig meine Position deutlich ausweiten. Und Trader haben definitiv die Aktie aktuell auf der Watchlist. Ein Breakout hier aus diesem Konterabwärtstrend. Generell kann man sagen, ab sofort Kurse über 59 US-Dollar bei PayPal hier durchaus bullish. Ich bedanke mich vielmals, dass du das heutige Video bis zum Schluss geschaut hast. Schau mal in die Videobeschreibung. Dort findest du einige Links zu interessanter Literatur rund ums Thema Börse und Trading. Du findest den Broker, den ich für mein Trading benutze. Und auch die Chartsoftware, die ich in den Videos benutze. Und natürlich auch den Link zur Mitgliedschaft bei 10x Trading. Ich bedanke mich vielmals für deine Aufmerksamkeit und sage Ciao.